Willkommen zurück zu Kinemars Birth by Sleep mit Ventus. Letzte Folge haben wir hier die Stadt aufgeräumt mit Zack und Herkules. Und jetzt sollen wir Herkules trainieren, dass er für die Spiele, naja, nicht versagt und somit Föhl sein Trainer weiterhin bleibt. So, da haben wir schon mal einen Sticker. Konfetti Sticker, wow. So, Kiste mit einem Megatrank. So, auf der anderen Seite haben wir da auch eine Kiste. Ne. So, da drüben ist auch noch eine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Und plopp. Ein Feuerschlag. Dass hier keine Unversierten sind. So, Kiste. Vitra, Zauber. So, da war nichts drin. Ah, Unversierte. Und BAM. Feuersbrunst. Wuuu. Ja. Feuer. Feuersbrunst. BAM. Vernichtes. So, wie schaut's aus? Mickey, haben wir schon mal... Ja, ähm, aha, aha. So, Aqua. Feuersbrunst. Thunder. Magira. Wui. Tapp. Feuersbrunst. 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 So, und Blitzker. Magnega. Oh yeah. Da ist auch noch einer. So, na, stirb schon. Stirb. So, Magnega. So, und sonst, was? Sonst keiner mehr? Oh, schade. Na gut, dann gehen wir eben zur Vorhalle. So, da haben wir, oh, ein Monkey Shop. Und hier gibt's bestimmt die Karte. Die Umgebungskarte, genau. So, was können wir hier denn einkaufen? Was wäre denn interessant? Hm, 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 hm. Forstwurf, glaube ich, wäre mal interessant. So, der Rest erreicht eigentlich. Dann Kommandos ist hier noch nicht fertig. Zack, dann speichern wir hier. So, und dann werden wir mal mit Herkules reden. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht übertrainieren, indem wir einfach Tontöpfe zerschlagen. Das ist nämlich ein bisschen langweilig. Bleib fürs Training. Yeah, auf geht's. So, was müssen wir denn machen? Oh, toll. So, dann machen wir aber was anderes. Hui, bam, 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 bam. So. Yeah. So. Oh, toll. Das klingt ja gar nichts. Wir schafft's. Okay. Huh? Wow, der allererste Zuschauer auf der Tribüne. Ich bin beeindruckt. Ach, und das war's jetzt. Wer für's Training? Äh, nee, wir haben doch jetzt gerade trainiert. Also. Nee. Geh mal da raus. So, wir sind jetzt irgendwie Filz suchen oder so? Ja. Sterbe. Bam. Hui. Diamantenstaub. So, nein. Ah, tu mal ein Gefallen und stirb. So, Diamantenstaub. Pling. Äh, ja. Supi. Juhu. 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 Stirb. Äh. Ah, die Wankenstaub. So, alle sterben. Erfriert. Äh. Die Wankenstaub. Kaputt. Äh. Hä? Stirb, du scheiße. Alter, du nervst. Hui. Bam. Und platsch. Freize. Und Aris, Willos, Zutatis. So. Dann jetzt zu dir. So, stirb. Jetzt endlich. Na also. Juhu. So, irgendwelche Kommandos voll? Ne, immer noch nicht. Sie brauchen ja Ewigkeit im Vergleich zum Terra. Wahrscheinlich hat es einen Unterschied mit Normal und Profi. dass die wahrscheinlich länger dauern. Okay, hier ist auch nichts. Aus so einem Konversierte. Müssen wir jetzt nochmal trainieren mit dem, oder was? Hm. Uh, unser Kommando hat sich verändert. Unser Abschlusskommando. Wui. Hau, spinnst du? Äh. Luftschakato. Und platsch. Oh Gott. Hui. 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 Run. so mein, meins, meins ach ihr könnt nicht aufhören hör auf so und so fliegen, du doofestück so, das war's jetzt anscheinend gut, dann müssen wir anscheinend nochmal mit dem Herkules trainieren die ignorieren wir jetzt einfach mal so Herkules, ein weiteres Training, yay so, Krüge zerschlagen, ja, das wissen wir schon oh yeah, ist das lustig so ja, komm schon nein, der hat meine Kiste kaputt gemacht, spinnst du la 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 da 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 ah, mach und rum nein, da ist eine Kiste so, meins so, ich glaube, wir gewinnen mit minimalem Vorsprung wuuhu da, 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 da da da, da, da da, da da, da alter der dreht voll nur so, dann das hier hey spinnst du ja gewonnen so ich hoffe ein drittes Training müssen wir es nicht noch mal machen du willst einen richtigen Hero werden, oder? mehr als alles ich weiß, mein Vater ist Zeus, der König der König auf Olympus wow, Herc, du bist ein König? nein, nein, ich bin mortal als ich ein Baby habe, jemand mich aus meinen Eltern und herausgekommen, wie ich meine Königin auszusehen und diese true Hero? das ist die einzige Weise, dass ich wieder ein König bin wenn ich ein true Hero bin, kann ich wiederholen meinen Vater und zurückkommen zu Olympus wow wauw ich denke, du hast wirklich deine Arbeit auszusehen für dich aber was für dich? wie ist denn du hier? ich... ich versuche nur ein paar Freunde ich versuche ein paar Freunde naja, hey, du hast das schon gemacht ich versuche nur ein paar Freunde für den Westen, denn sie haben bereits einen Hügel-Hügel-Kontender geschehen da oben in der East Bracken. Und wenn du ihn möchtest, du musst du in den Hügel-Hügel machen. Jetzt, die Hügel-Hügel! Hügel-Hügel-Kontender? Venn! Komm schon! Okay! Tja, ich glaube, die beiden schlagen sich gar nicht mehr so schlecht. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, und es ist alles dankbar für dich, Venn. Gut, der andere Kind wird glücklich, dass du das hörst. Nein, ich brauche dich vor allem, Phil. Wie werde ich noch einen Hügel-Hügel werden? Hm. Bei der Zeit hast du es. Wer gewinnt, keine Gefühle schwerer. Natürlich nicht! Halte ein Hügel-Hügel-Hügel wäre nicht sehr heroisch. Hey, nur sicher, du bist noch nicht ein Hügel-Hügel. Das ist wahr. Das ist wirklich knapp. Hey, wir haben Probleme. Es gibt Monsters in der Stadt, und wenn sie den Spiel verletzen, dann kannst du den matchen vergessen. Die realen Monsters? Wir müssen sie stoppen. Lasst die Monsters mit mir. Der Match ist zu wichtig. Alles klar. Da treiben wieder Unwesen. So, dann werden wir die mal vernichten. Wow. Ja, mal kurz speichern. Zack. Nur zur Sicherheit, falls wir draufgehen, dass wir nicht noch mal die ganzen Trainingsübungen machen müssen mit Herkules. So, auf zur Stadt. Aus dem Weg, gibt keine Zeit für euch. So, und wer ist hier? Wo seid ihr? Wow, drei Stück. Wow. Herc. Was ist mit deinem Spiel? Vergiss das Spiel. Kein Weg, dass ich meine Freunde alleine kämpfen kann. Denn ich bin ein Hörer. Ich meine, du weißt, ich werde sein. Komm, wir haben das zusammen. Kein Weg. Mach's müh. Hä? Bereit? Komm schon! Bereit? Bereit? Komm schon! Wee! Feuer! Lupscher Kato! Und? So, na komm schon! Und Vollgas! Oh, das war schon! Schade! Luftgrätsch erhalten! Oh yeah! Ja, jetzt können wir auch in der Luft ausweichen! Perfekt! Oh ja! Oh ja! Aber du bist hier! Hey, ich habe meine Augen auf sein zu sein, auch zu sein. Ich nur nicht so schnell gehen, das ist alles. Also, du hast beide den matchen? Wer gewonnen? Ich bin zuerst, also nicht ich. Ja, aber ich war nur zwei Sekunden hinter dir. Still. Hey, ich habe nie gesagt, dass ich gewinnen würde. All ich sagte war, dass ich den matchen sehen würde, dann zu entscheiden. Schau mal, ein Hero braucht mehr als nur Muscle. Du musst mit dem Herz und interessieren über die Leute. Und sicher, beide haben die Highmark für das. Aber diese Zeit nur ein von euch interessiert fast genug, und das macht all die Unterschiede. Dann das bedeutet... Oh Mann, ich war so knapp. Well, das ist das Leben. Ich habe nie wirklich mich zu erinnern. Das Name Zack. Herzlichen Glückwunsch, Herc. Danke, Zack. Ja, naja, wir sehen uns, ob du immer dankbar bist, wenn ich mit dir bin. Du hast einen langen Weg vor dir, Champ. Hey, ich habe mich noch nicht. Ich habe mich noch nicht mit einem großen Geist. Ich habe mich noch nicht mit meinem Glückwunsch. Ich habe mich noch nicht mit meinem Glückwunsch. Ich habe mich noch nicht mit dem Glückwunsch. Ich habe mich noch nicht mit dem Foam gehalten. mit jemandem zu spüren mit. Wie Terra und Aqua. Wir werden alles aufbauen. Du bist weg? Ja, meine Reise ist noch nicht vorbei. Aber du kannst du, richtig? Ich werde nachher, wenn du ein wahrer Hörer bist. Ich werde nachher, wenn ich und ihn sind beide Hörer. Oh, also wirst du nicht zurückkommen? Hey, schau es! Ist aber bei Ventus ein bisschen... Wenig. So, Hercules haben wir beendet. Und als nächstes geht es dann zum tiefen Weltraum. Da rüsten wir aber erst noch was aus. So, ein paar Fertigkeiten sind fertig worden. Wunderbar. So, dann können wir jetzt wieder auch ein Kommando mehr ausrüsten. So, erstmal Eiszeit. Und Charmeur. Und ach, legen wir da noch Vitalität an. Sonst haben wir aber nichts mehr, oder? Ah, doch. Erhaltung hätten wir noch. Kombo Plus. Ja, gut. Sobald die Auszahl fertig ist, dann können wir das auch anlegen. Luftgrätsche schmeißen wir mal ins Kommandomenü rein. Da haben wir immer noch erst zwei Stück. Okay. Gut. Das war... Was war das eigentlich? Hm. Ja, tun wir mal Luftgrätschein nochmal rein, dass ich das da auch bekomme. So, Items. Ausrüstung. Och Gott, ist denn Magie scheiße. Egal. So, Zykluskristall. So, mit Zeit gibt es auch einen D-Link. Dann der Bericht. Wie schaut's da aus? Der Orient des Olymps ist fertig. Spiel, Statistik? Ach ja, das mit dem Minispiel vom Herkules. So, Herkules, Philo, Ted und Zyk. Inversierte, Qualgeist, Blitzflitz, Panzerkämpfe, Feld... Wow, okay. Schatzliste. Wie schaut's da aus? Eigentlich, das Olymps haben wir alle gefunden. Und Sticker, denke ich doch mal auch. So. Wuhu. So. Und haben wir alle? Ja, wunderbar. So. Gut, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge besuchen wir dann den tiefen Weltraum. Dann war's das für diese Folge erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis dann, Leute. Ciao. Oh. So. 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 So.